Haha, guck mal, eine Krebskranke, die grad am Krepieren ist, ja? Schön! Hallo, wer ist da? Hallo, ist da die große Krabbe? Hallo? Ja, ich hätte gern einen Krabbenburger. Und ich dachte, du bist die große Krabbe. Ich versteh das Spiel nicht. Aber das kennst du, oder? Dieses Meme? Ich. Oder die Szene? Aus Spongebob, ja. Also offensichtlich aus Spongebob in der großen Krabbe, aber ja. Hallo, ich mache ja noch den Pegel von meinem Mikrofon runter, der dröhnt vielleicht gerade etwas. Aber ansonsten heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser verspäteten Sonderausgabe von Brenn.internet. Nummer, ich weiß es gar nicht, 155, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin dann echt guter Dinge, dass wir das hier noch machen, denn es war echt eine wilde Woche, auch wenn jetzt schon voraussichtlich Montagabend oder Dienstag ist. Und Tino, wie geht's dir? Ja, besser. Also ich habe ja immer noch zu kämpfen so mit Schlafproblemen und Migräne und es war am Wochenende echt richtig kacke. Ich lag nur flach und konnte kaum was machen. Und deswegen, äh, my fault that the podcast is very late this week. I'm sorry. Ja, eigentlich ist es ja Herr Rodes schuld, ne? Weil ich habe ihn ja Samstagabend gefragt, ob er sich heute langweilt und er hat drei Stunden nicht geantwortet, sonst hätte er vielleicht noch einspringen können. Ah, siehste. Also ganz, ganz klar seine Schuld. Aber wir hatten ja Vertretungspodcast in Form von Hörerwunschärzte. Ja, stimmt. Das große Album-Ranking ist natürlich ein bisschen Special Interest und nicht für jedermann und jeder Frau und jeder alles. Aber doch, finde gut. Jeder Mensch quasi. Ja. Ja, geil. Tino. Ja, ist einiges passiert, war? Die Meldung der Woche, einiges passiert. Die Meldung der letzten Woche, äh, Logan Paul hat jetzt irgendwas mit Wrestling zu tun? Da kennst du dich ja bestimmt aus. Jaja, der ist bei WrestleMania aufgetreten. Ich habe es gestern noch spontan geschaut mit, mit, äh, Menschen. Und, also die erste Nacht, da sind ja jetzt zwei Nächte durch Corona, zwei WrestleMania-Nächte. Und, nee, Quatsch, der kämpft heute, der hat in der zweiten Nacht gekämpft. Die haben mir die Vorschau gezeigt. Er kämpft nämlich gegen, ach, ich bin völlig durcheinander. Weil Johnny Knoxville und Logan Paul treten beide an. Und Logan Paul hat halt ein Tag-Team-Match mit The Miz gegen Shinsuke Nakamura und eine Person, die ich gar nicht kannte, Recruit oder so. Der sich auch verletzt hat tatsächlich in dem Match. Der ist umgeknickt mit dem Knie, als er beide hochheben wollte. Und es fällt jetzt für ein halbes Jahr aus, mindestens. Aber Logan Paul ist jetzt, der war auch gar nicht schlecht. Also, es war doch die erste Nacht und er war echt gut. Also, er hat ein paar Suplexes gezeigt, hat einen Crocsplash gemacht und so. Hat Eddie Guerrero ein bisschen verhöhnt. Also, das war schon, also, für einen Promi nicht schlecht. Sind die immer noch in der Promophase für Jackass oder warum macht denn Johnny Knoxville da immer noch? Na, es gibt so eine Fede schon seit einem Vierteljahr mit Sami Zayn. Und die mobben sich immer. Und jetzt gibt's wohl, ähm, oder gab's quasi Sonntagnacht ein Match gegen Sami Zayn, gegen Johnny Knoxville. Aber wie das ging, weiß ich nicht. Das schau ich mir erst heute Abend an. Hammer. Ja, äh, wo wir grad von Jackass reden, ganz kurz, äh, in Weimar, im Sinistar läuft der irgendwie nicht mehr. Oh. Und es gab einen Grund, den ich aber jetzt grad nicht weiß. Du kennst den scheinbar auch nicht. Vielleicht liefst du nicht gut. Weil in anderen Kinos läuft es noch. Vielleicht liefst du nicht gut in Weimar, weil wir waren ja auch alleine im Kino. Hm. Könnte sein. Ja, dann rufe ich jetzt einfach mal live im Sinistar an und frag mal nach. Mach mal. Investigativ, weil es würde mich interessieren. Ich hab das schon wieder vergessen. Na, ruf mal an. Im Moment sind wir jedoch leider nicht persönlich für Sie erreichbar. Nicht persönlich erreichbar. Wir machen erst so ein Vier auf wahrscheinlich, ne? Schade. Ne, ne, die haben eigentlich schon auf. Ach so. Ja, gut. Dann, äh, das war jetzt meine Tiefenrecherche. Wer mehr weiß, bitte in den Kommentaren, warum läuft Jackass nicht mehr in Weimar? Ja, ist es wirklich Mangels Erfolg? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du machst doch dein Kino damit auch kaputt. Also, wenn du halt einfach keine Filme mehr anbietest, weil keiner reingeht. Hm, na ja. Ist ja allgemein. Also, ich hatte mal einen Bekannten, der im Kino gearbeitet hat und er meinte, es braucht doch so ein, wenn du einen Film quasi kaufst oder die Rechte dir ausleihst, musst du den Film in einer Mindestanzahl auch zeigen im Kino. Das darfst du den gar nicht haben. Und würde mich wundern, wenn die sagen würden, die machen es jetzt ganz zu. So, irgendwie, wenn der nicht läuft. Aber ich kenne die Strukturen nicht im Kino. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, wir waren ja auch alleine da. Ich würde halt historisieren, ob nicht vielleicht sich doch irgendwie ein Weimarer oder so beschwert hat, weil man so viel Schwanz sieht oder sowas. Nein, nein. Und da irgendjemand mit seinem Kind rein. Irgendwas Skandalöseres, weißt du? Kann ich mir nicht vorstellen. Also, er geht dann zu Jackass und erwartet keine Ersche und Pimmel. Also, mal ohne Spaß. Keine Ahnung. Gibt ja alles. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nicht wie im offenen Kanal oder so im Radio, wo Leute sich ständig beschweren wegen irgendwelchen Aussagen. Glaube ich nicht. Schön. Gut. Das ist eigentlich nur das zu diesem Logan Paul-Ding. Das war jetzt natürlich auch nur wieder die Meldung der Woche eigentlich. Ja, gut. Mir ist egal, aber du bist ja investiert. Aber würdest du nochmal ins Kino gehen wollen oder warum, fragst du, wegen des Films? Nee, ich wäre jetzt nicht nochmal explizit ins Kino gegangen, aber ich habe das halt mitbekommen, weil jemand anderes da rein wollte und den gibt es halt in Weimar einfach nicht mehr. In anderen Kinos, in Jena zum Beispiel, gibt es den noch und das ist seltsam. Das war auch so bei einem kleineren Film hier im Lichthaus, wo ich mitgespielt habe. Der lief auch nur zwei, drei Mal und ich war immer irgendwie verhindert oder beim letzten Mal war ich dann sogar krank und die zeigen den Film offenbar auch nur ganz, ganz wenig und das ist richtig, richtig sad. Schweine. Am 2.7. im Lichthaus wird der große, die große Skate-Movie-Night abgefeiert aus Weimar. Ich weiß gar nicht, ob das Public ist oder ob das nur für die geladenen Skater dann ist, aber wir filmen ja derzeit oder eigentlich seit Jahren, seit zwei Jahren oder so für so ein ganz großes Video mit allen Skatern aus Weimar und am 2.7. ist dann Premiere. Ihr habt mich nicht einmal gefilmt. Im Lichthaus. Ihr habt mich nicht gefilmt. Ja, willst du noch? Aus Spaß würde ich es machen, aber ich tue mir alles weh. Ich habe noch diese komischen Schuhe. Wie heißen die denn? Diese Schuhe mit Rollen dran. Nicht Rollerblades, sondern... Bestimmte Rollis oder sowas. Rollis, genau. Die habe ich noch. Echt? Heißen die so, ja? Es kann sein. Da klingelt was. Das ist so der naheliegendste dumme Name, der mir eingefallen ist. Ich kann ja mal googeln, wie die heißen. Ich habe noch davon ein paar hier stehen in Größe 40 oder 39, die mir gerade so passen. Schuhe mit Rollen. Das war früher übelst das Ding in der Schulzeit. Wo jetzt Rollerskates steht. Die heißen irgendwie anders. Das ist auch so eine... Heelys. Heelys. Heelys heißen die. Ah, wir haben es gleichzeitig gesagt. Zumindest bei mir. Ja, haben wir auch. Nice. Heelys. Die guten alten Heelys. Aber ich bin auch nie gefahren. Also einmal habe ich es versucht. Mit einer Freundin irgendwie auf so einem Feldweg. Aber der asphaltiert war. Und ich habe das nicht hinbekommen. Ja. Das muss ich üben. Dann kommen wir gratis Versand ab 70 Euro. Was kosten denn Heelys, Alter? Nein, meine hatten nur 40 gekostet. Die waren auch gebraucht, glaube ich. Laut Verkäufer nur irgendwie... Trendige Heelys, Alter. Das ist doch... Das widerspricht sich doch komplett. Laut des Verkäufers irgendwie nur einmal oder zweimal getragen. Und haben dann irgendwie von der Größe nicht gepasst. Deswegen waren meine relativ günstig. Und noch neu. Weitgehend. Da ist man schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wenn man Heelys hat, ist man super Trendy. Ja, zur Schulzeit damals gab es nicht auch bei euch im Schulhaus so die einen oder anderen Leute, die da mit den Heelys rumgefahren sind durch den Schulflur. Richtig geil. Nee, in der Schule eher nicht, glaube ich. Da war ich neidisch drauf. Naja. Jetzt haben wir aber hier mit Heelys und Logan Paul echt die Themen des fucking Jahrtausends umdribbelt. Es war nämlich wirklich eine wilde Woche. Also es wurden links und rechts die Ohrfeigen verteilt. Es hat gescheppert. Es war 1. April. Es hat überall gescheppert. Also gut, in Russland, Ukraine, bla, natürlich auch. Aber das interessiert uns alle nicht mehr. Denn Promis haben Ohrfeigen verteilt. Und ich glaube auch, dass diese Oliver-Pocher-Geschichte zuerst war. Also Oli Pocher war bei einem Boxkampf und saß irgendwie neben anderen Promis. Also ich habe einen erkannt, das war Christoph Daum oder so, so ein Fußballtrainer. Dieser Kokain-Mann. Genau, der Kokser, Ex-Kokser und da kam halt so ein Comedian auf ihn zu oder eine Person, die ich nicht kannte und er offenbar auch nicht kannte, hat ihm voll eine gelangt so und hat ihn dann noch so ein bisschen verfolgt und er ist pocher weggerannt so und das war das Ding, weil erstens keiner was getan hat, die um ihn rum standen, so die ganzen Promis haben es einfach nur so angeguckt, so oi oi oi, aber jetzt ganz schön, jetzt ist hier was los mit Hauen. Keiner griff ein. Und es war auch lange nicht klar, warum eigentlich. Und offenbar ging es aber wohl darum, dass Pocher, oder dass dieser Comedian, ich glaube Fat Comedy heißt der, hatte wohl irgendwie einen Vorwurf bekommen, dass er jemanden missbraucht haben soll oder vergewaltigt hat. Nee, 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 nee. Das war ein anderer Rapper, der, also da gab es vor, ich glaube wir haben da auch drüber geredet, vor einem halben Jahr oder so, gab es da eine, ja eine Influencerin, die halt gesagt hat, hier dieser Rapper hat versucht mich zu vergewaltigen, dies, das. Und die sind aber verwandt, dieser Fat Comedy und eben jener Rapper, dessen Name mir gefallen ist und der auch scheißegal ist. Ach so. Nee, nee, der war nicht mal selbst gemeint. Und das ist auch so die Quintessenz, die ich da so rausziehen kann, dass man sich irgendwie über diese Schelle freut, aufgrund von der Kontroversität von einem Oliver Pocher. Aber wenn man dann genau das hervorzieht, diesen Vergewaltigungsvorwurf, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Jetzt mal völlig dahingestellt, ob das jetzt so war oder nicht, ja. Aber das ist nicht das Thema, bei dem man sagen sollte, dafür hat die Person jetzt die Schelle verdient. Generell ist das ja eh hart die Sprache der Dummen einfach, ja. Man hätte so eine geile Action machen können, weißt du, von mir aus irgendwie, was weiß ich, mit Konfetti und ihm einen Haufen Scheiße oder so vor die Füße gelegt oder halt einen Comic-Haufen Scheiße auf den Kopf gesetzt oder was auch immer, ja. Nur so als Symbolcharakter. Aber nee, man macht wieder dieses Primitivste, ungar ungar, ich komme aus der Höhle raus und schepper jemanden um. Ja, oder eine Herausforderung zum Promi-Boxen, wäre auch witzig gewesen, ja. Auch sowas, klar. Also mit so zwei Box, wie heißt das, Boxhandschuhen, da kommt und sagt hier, jetzt kannst du sie noch angucken und in drei Wochen kämpfen wir gegeneinander so in diesen Schuhen und keine Ahnung. Aber es war halt so eine ganz billige, feige, Ohrfeige einfach. Auch eine sitzende Person, die nicht weiß, was kommt, das ist einfach nur dumm, Alter. Es ist dumm, vor allem habe ich auch diesen Statement von Pocher noch gehört, der hat so ein Video gemacht, so einige Minuten lang, wo er auch sagt, dass er vielleicht Langzeitfolgen davon trägt, weil er irgendwie nicht richtig hören kann auf dem einen Ohr und dass auf jeden Fall Fett Comedy jetzt richtig blechen wird und jetzt sind sie auf jeden Fall vor Gericht deswegen. Und Fett Comedy hat auch kein bisschen Reue gezeigt, hat doch nachgetreten und so und zwar ja richtig, was ich gemacht habe. Ich würde es wieder tun und ich glaube nicht, dass diese Ohrfeige wert war. Aber ich glaube, dass Fett Comedy richtig noch abbezahlen muss und das richtig bereut irgendwann. Ja, bereuen weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade um den Instagram-Account steht. Der war kurz gelöscht. Dann war er wieder da, dann war er wieder gelöscht. Ja. Ich habe ihn noch nicht jetzt gefunden. Das war ja auch Pocher seine Forderung, dass man irgendwie seine Kanäle alle meldet bei TikTok und so. Ja, das finde ich schwierig, muss ich sagen. Also dieses, nee, das macht halt wieder einen Präzedenzfall, der einfach gar nicht geht, finde ich. Habe ich auch nicht verstanden, was das soll. Also ich meine, würde er jetzt irgendwie hetzen auf Instagram und TikTok? Er wird irgendwelche... Aufruf zur Gewalt. Also selbst bei Hetze wäre ich noch, würde ich dann halt Einzelfallbetrachtung machen, aber Aufruf zur Gewalt, das geht halt gar nicht. Ja. Aber generell, weil irgendwie eine Person, ne, also da könnte man jetzt schon argumentieren, dass das irgendwie ein Aufruf, ein indirekter Aufruf zur Gewalt gegenüber Oliver Pocher wäre, aber einfach nur deswegen, also klar, das Video von ihm hätte man definitiv löschen müssen, so, weil es halt, es ist ja kein Fail oder sowas, sondern wirklich hier, halt mal Kamera, ich gehe jetzt da hin und will den schlagen, so, also mit Vorsatz, das ist schon nicht cool, aber ja, also Instagram-Accounts löschen, das ist, das, nee, das... Das ist sowas von 1930, finde ich, das könnten sie ja früher machen, aber heute schwierig. Ja, aber guck mal, hätten sie rechtzeitig Hitler den Instagram-Account gelöscht, ne, da wäre der gar nicht an die Macht gekommen. Ja, wir haben uns einiges erspart geblieben, sag ich doch, guck, Hetze muss schon ausreichen, um Accounts zu löschen, so. Ja. Und was ich auch spannend fand, war, ich kannte den ja auch gar nicht, diesen Fat-Comedy und er sah gar nicht so fett aus auf dem Video, aber ich habe dann sein Instagram gecheckt, der hat übelst krass abgenommen, ne, der war ja mal richtig, richtig Fat-Comedy. Ja, und jetzt denkt er, er ist es. Er ist Fit-Comedy jetzt. Oder Hit-Comedy, weil er hit, hittet. Ja, doch. Okay, warte, ich habe jetzt hier seinen Instagram-Account, okay, ist tatsächlich gerade wieder da. Ja, naja, soll er auch bleiben. Ja, hervorragend. Soll er auch bleiben, ist mir egal. Und dann, äh, wenige Tage später, ähm, wurde auf der Oscar-Verleiher und ist der Vorfall nachgespielt, ähm, und zwar ging es da um einen, einen Konflikt zwischen Chris Rock, der eine Logatio halten sollte für den besten Dokumentationsfilm und, äh. Ich finde das so mies, ne, wenn die Hollywood-Leute sich immer im Ausland die, die Vorlagen nehmen und dann das in ihrer scheiß amerikanisierten Version nachmachen. Toll. Das ist immer schlechter. Tolle Ausländer, ne? Ja. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, für die wenigen Leute, die hinter dem Mond leben, ähm, Will Smith und seine Frau saßen im Publikum, so in der ersten, zweiten Reihe, also sehr gut sichtbar von der Bühne aus, und Chris Rock machte eben einen Witz auf Kosten von Will Smiths Frau, weil sie ja sehr kurze Haare hat wegen einer Erkrankung. A-K-A-Glatze, aber ja. Ja, Glatze. Sehr kurze Haare ist auf jeden Fall gut gesagt. Und, äh, dann, dann hat erst Will Smith übelst gelacht. Siehst du auch in der Kamera, wie er über diesen Witz lacht. Auf einmal gibt's einen Schnitt irgendwie, und jetzt siehst Will Smith, wie er auf die Bühne läuft, auf Chris Rock zu, und auf einmal gibt's zack, ne Ohrfeige, und Chris Rock versucht sich gar nicht erst zu verteidigen, also hat echt die Arme hinter seinem Rücken verschränkt, hat echt fast hingehalten. Er hat sich so, ja, hat sich so ein bisschen nach vorne gelehnt sogar. Ja. Aber ich glaub auch nicht, dass er mit dem Schlag an sich gerechnet hat. Glaub ich auch nicht. Aber er hat vergleichsweise cool reagiert, finde ich. Und danach gab's, danach ist Will Smith wieder hingesetzt und, ähm, hat noch rumgebrüllt, nimm den Namen meiner Frau nicht in den Mund. Hat er so zwei, zwei, drei. Fucking Mouth. Ja. Das ist auch so ein Ding, ne. In Amerika hat er ja ein großes Ding, wenn jemand fucking droppt. Aber schlagen, schlagen ist okay. Ja. Gewalt ist okay. Sex ist nur okay, wenn's nicht, äh, in der Öffentlichkeit stattfindet. Dann ist jede Perversion in Ordnung. Ja. Aber fuck oder shit sagen, das geht gar nicht. Und Chris Rock war relativ entspannt, hat dann irgendwie noch so, wow, immer gesagt. Das war der größte TV-Moment oder so. Der hat das ultra souverän gelöst. Der hat auch, ich glaube, man sieht ihm an, dass er eigentlich so kurz davor war, noch einen draufzusetzen, irgendwie im Gag hinterherzumachen. Ja. Aber hat sich dann doch gefangen. Ja, ich kenn das irgendwie, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was gesagt hat, was nicht gut ankam und du eigentlich noch voll Bock hättest, nochmal draufzutreten, aber du merkst, es kam nicht gut an, dann ist es besser, Schnauze zu halten. Das hatte ich mal, als ich von so Neonazis im Zug, ähm, irgendwie schikaniert worden bin, da hatte ich auch so coole Einfälle für Sprüche, die ich kontern konnte. Ich dachte, wenn ich jetzt schon noch frech werde, dann schlagen die mich halt wirklich tot. Und dann hab ich dann auch lieber gesagt, ja gut, komm. Ja. Ich bin mal lieber ruhig. Und was man auch sagen muss, dass der Gag von Chris Rock nicht wirklich gut war, also ich fand ihn nicht witzig, ähm, gerade aufgrund der Erkrankung, wenn jetzt Will Smiths Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber come on, gut, sprich erst mal aus, bevor ich mich hier, also. Also, wenn Will Smiths Frau das irgendwie aus, ihre Frisur aus Spaß so machen würde, ja, einfach Klatze rasieren und so, wäre der Witz halt voll in Ordnung gewesen, so, auch wenn auch nicht wirklich, nicht wirklich kreativ, aber aufgrund von einer Erkrankung auf die Haare einzugehen, fand ich ein bisschen, naja, kann man sich auch sparen. Ist meine Ansicht. Muss man nicht machen. Okay, dann noch die Nachfolgefrage, ist dafür ein Schlag ins Gesicht gerechtfertigt? Nein, kein bisschen. Schön, dann sind wir wenigstens da auf einer Welt. Ich würde vielleicht nur sagen, bevor man jetzt Chris Rock verteidigt irgendwie, dass das ja alles irgendwie super cool war, was er gemacht hat, würde ich auch sagen, okay, ähm, dass da eine Provokation im Raum war, ist schon irgendwie klar, aber die Reaktion von Gewalt war überhaupt nicht in Ordnung. Also, ich hätte es cooler gefunden, wäre Will Smith auf die Bühne, hätte noch einen Gegenwitz gemacht und hätte auch irgendwie gekontert, aber so ein Schlag ist natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja. Also, ich hasse das ja, diesem komischen Alpha-Beta-Mindset zu denken, weißt du, so, ich bin Alpha-Mail und so ein Scheiß, weil alleine, wenn man das halt schon so ernst nimmt, dann macht das meiner Meinung nach dich automatisch zum Beta, weil du da halt so krass drüber nachdenkst. Ja. Das zeigt ja irgendwie deine Unsicherheit. Und, ähm, dieser Move ist halt, wenn man dieses, dieses, ja, diesen Sprech bedienen will, ist dieser Move der größte Beta-Move, der geht, obwohl es ja an sich so, oh, ich verteidige ja meine Frau, weil die kann das nicht alleine. Ja. Und auch hier, um das Wort nochmal zu nennen, sobald, also ich finde, da gibt es überhaupt keine zweite Meinung, sobald das in irgendeiner Form gut geheißen wird, dass das okay ist, und das fanden echt viele okay, da zu Gewalt zu greifen, nur weil deine Frau da halt einen Spruch abbekommen hat, das ist halt so ein schwieriger Präzedenzfall, weil dann in Zukunft jeder Scheiß-Comedian irgendwie auf der Bühne denken muss, okay, wenn ich jetzt irgendwas sage, äh, hier kommt dann einer hoch und schlägt mich, weil es ist ja jetzt gesellschaftlich okay, und das geht halt gar nicht, so. Aber es gab ja auch vorher, was ich zu dem Gag sagen muss, ja, was ich zu dem Gag sagen muss, der war vielleicht nicht der allerkreativste oder witzigste, aber, also ganz ehrlich, da bin ich jetzt vielleicht wieder Sexist oder sonst was, aber wenn das an einen Mann gegangen wäre, wäre das niemals so gewesen, dass die Leute sagen, das ist doch klar, das ist doch völlig klar, dass man da aufstehen muss und die Ehre der Frau verteidigen, weil Haarausfall bei Männern halt total normal ist und auch wenn du jetzt Krankheit sagst, das klingt halt so schlimm, aber es ist kein Krebs, sondern es ist halt einfach Krankheit Haarausfall sozusagen, also eine Form, eine besondere Form von Haarausfall, aber im Endeffekt es ist jetzt nichts anderes als das, was ich zum Beispiel habe, so. Ja, aber an sich ist... Und wenn jetzt jemand einen Gag macht, aha, guck mal, ein Sportfeld auf den Kopf oder so und ich dann aufgrund dessen irgendwie den umschlage, dann bin ich halt einfach ein dummer Bastard. Na ja, doch, es kann schon an der Psyche kratzen, wenn man so Haarausfall hat, wie jetzt Will Smiths Frau, weil... Ja, da trocknet sie sich ihre Tränen mit ihren Millionen, die Arme. Ja, komm, das ist ja klar irgendwie, aber... Die hat fünf Tage vorher noch gepostet, dass sie jetzt völlig fein ist mit ihrer neuen Optik. Ja, dennoch finde ich das nach... Das ist ja jetzt nicht neu. Ja, nee, aber es war so eine Art von Nachtreten und über eine Krankheit lustig machen, das macht man trotzdem nicht, auch wenn es nicht tödlich ist, aber... Es wurde sich nicht mal lustig gemacht, das muss man auch im Kontext sehen. Erstens, erster Kontext, ganz kurz, sorry, ja, Hollywood ist mein Metier, auch wenn ich diese ganze Doppelmoral da ganz fürchterlich finde, aber Hollywood ist mein Ding. Erster Kontext, in Amerika ist eine ganz andere Roastingkultur, das gibt es in Deutschland gar nicht, dass du dich auf den Stuhl setzt und Comedians stundenlang über dich Witze machen, dass es da gang und gäbe. Ist natürlich jetzt die Oscars gewesen, die übrigens dadurch jetzt endlich mal wieder relevant geworden sind, aber wenn du da in der ersten Reihe sitzt, da kannst du schon damit rechnen, dass vielleicht auch mal ein Gag auf deine Kosten gemacht wird und gerade in der Vergangenheit, Ricky Gervais ist dafür bekannt, dass er die alle komplett weggeroastet hat bei solchen Events. So, und das nächste ist, also, das ist halt einfach nicht so ein schlimmer Gag gewesen, um ihn mal kurz zu erklären, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen oder verstanden haben, äh, die Frau von Will Smith, die hat jetzt mittlerweile eine Glatze, hat sich die Haare abgemacht, weil sie halt diesen kreisrunden Haarausfall hat, aufgrund einer Krankheit, die aber eigentlich nur Haarausfall heißt, quasi. Und zu ihr wurde gesagt von Chris Rock, ey, Jada, schön dich zu sehen, ich freue mich auf G.I. Jane 2. Also in Deutschland bekannt als die Akte Jane, gibt es keinen zweiten Film davon, wird auch keinen zweiten geben, aber dieser Film geht um eine sehr empowerte Frau, die halt kurze Haare, kurze geschorene Haare hat. So, die G.I., die G.I.s kennt man ja in Amerika, das sind die krassen Militärleute und das ist eine starke, selbstständige Frau und nicht irgendwie, haha, guck mal, eine Krebskranke, die gerade am Krepieren ist, ja. Deswegen war es jetzt auch kein böser Witz, es war einfach nur, haha, guck mal, du hast kurze Haare, lol. Ist nicht super geschmackvoll, aber ist jetzt auch echt nicht bösartig oder sowas. Nee, man kann es natürlich auch so framen, das ist ja auch voll okay, aber ich glaube, was du gesagt hast, wenn es bei einem Mann gewesen wäre, also ich glaube, immer wenn du dich aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen lustig machst, ist es halt nicht cool, aber klar, da wäre jetzt keiner auf die Bühne gekommen, hätte dann gesagt, ich muss meinen Mann verteidigen oder so, das stimmt. Es gibt ja alleine von einem 18-jährigen Will Smith einen Clip, wie er sich selber über eine Glatze lustig macht. Ja, aber wahrscheinlich nicht über die Glatze, weil er irgendwie krank ist oder so. Ja, aber der nächste Punkt ist ja außerdem noch, dass er, wie du bereits erwähnt hast, erst gelacht hat, dann hat er seine Frau gesehen und dann ist er aufgedreht und vielleicht kennst du diesen ganzen Hintergrund dazu gar nicht, dass seine Frau beschlossen hat, in einer offenen Beziehung zu sein. Ja, doch. Nachdem sie Sex mit dem Freund von dem Sohn der beiden hat. Das hat mir eben geschickt heute Morgen noch zum Thema Will Smith. Und ich glaube, dass da einfach so viel Unsicherheit in diesem Menschen über die Jahre entstanden ist, weißt du, dass da irgendwie, also er hat ja keine zweite Beziehung, sag ich mal, nur sie ist quasi da zugange mit anderen. Und da gab es ja so ein großes, ja, das geht jetzt ins übelste Detail, aber die hatten auch so eine Art Talkshow oder Podcast, wo die das ganz groß besprochen haben und da sitzt er halt da und muss sagen, ja, ich bin voll dafür, aber du merkst, dass er das halt überhaupt nicht so sieht. Und all das kocht halt in dem Moment hoch und wird dann halt an Chris Rock entladen, der einfach nur einen schlechten Gag gemacht hat. Ja. Und das ist halt, das geht einfach gar nicht. Und das Witzige daran ist ja, dass er noch eine halbe Stunde später einen fucking Oscar gewonnen hat. Ja, und sich entschuldigte. Aber nicht bei Chris Rock, aber bei der Academy und bei den Zuschauern und so, ja. Aber gerechtfertigt entschuldigt. So, ah ja, ich habe in der Rolle auch einen Menschen gespielt, der seine Familie verteidigt und die habe ich wahrscheinlich jetzt mit ins echte Leben. Also alles irgendwie so ganz schlecht relativiert. Ja. Super schlecht. Und deswegen, also, der Typ ist nicht so geil, wie sein Ruf vielleicht immer war. Der ist ja auch bei Scientology und so. Das ist, das ist alles schwierig. Und soweit ich weiß, ist bei Scientology jetzt auch nicht so gern gesehen, dass man irgendwie zum Psychiater geht. Ja. Weil die sind ja alle perfekte Menschen. Und ja, deswegen, also ich, alles andere außer zu sagen, dass es gar nicht geht, finde ich super schwierig. Und dann kommen wir nämlich zurück zur von meiner, von mir angesprochenen, ja, Doppelmoral oder wie man es nennen will, von Hollywood, dass sie dann nämlich da alle fucking Standing Ovation geben, nachdem er seinen scheiß Oscar unter Tränen angenommen hat und dann gesagt hat, oh ja, die Rolle, oh ich bin so drin und ich musste meine Familie verteidigen. Und dann, Tino, du als großer Feminist, kommst du denn nicht dazu und sagst, wenn, dann hätte Jada aufstehen müssen und die Backpfeife verteidigen. Ja, ich will, wie gesagt, ich finde erstens eine Backpfeife gar nicht cool und zweitens hätte sie auch selber hochgehen können, die Männer scheuern können. Warum sie da ihren Mann vorschickt oder ob Will Smith sich da berufen gefühlt hat, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ich finde das eh ganz, ganz komisch, die ganze Geschichte. Und ich wollte auch dazu sagen, weil du gesagt hast, so, der Witz war ja nicht so schlimm. Ich gehe mal so ein bisschen von den Leuten aus, was sie halt fühlen, weißt du, wenn es für sie irgendwie scheiße ist, da kann ich ja nicht beurteilen, als hier Deutscher, der in Weimar sitzt auf seinem Frühstückstisch und jetzt Podcast aufnimmt, übrigens über Discord heute, kann ich ja nicht beurteilen, wie sie gefühlt hat. Und ich kann es verstehen, wenn du als Will Smith jemand bist, der seine Frau halt irgendwie liebt und sie behalten will und du halt siehst, wie sie gekränkt gerade guckt und irgendwie schlecht drauf ist, da kann ich es verstehen, als Familienvater, dass man da irgendwie sich auch getroffen fühlt. Ich würde natürlich nicht zuschlagen, keine Frage, weil ich kann verstehen, dass man da irgendwie sich erstmal so fühlt in der Verantwortung, ich muss jetzt meinen Schatz irgendwie verteidigen. Kann ich zumindest davor ziehen. Du musst dir aber mal überlegen. Der hatte ja auch noch 10 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, während er auf den Zug gelaufen ist. Der stand ja nicht direkt daneben. Das war ja jetzt nicht so krass Affekthandlung. Ich gebe dir ja recht, dass das natürlich für die Person schwierig sein kann, so einen Gag zu hören. Aber dann kommen wir halt zu dem Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Die ist halt irgendwie seit Jahrzehnten im Rampenlicht und sollte halt, also dafür verdienen diese Leute auch so viel Geld. Deswegen sage ich auch, ich finde es völlig okay, dass Politiker halt viel Geld verdienen, natürlich auf legalem Wege. Das ist dahingestellt, weil die halt jeden Tag sich irgendeine Scheiße von tausenden Leuten anhören müssen. Und da finde ich es okay, wenn die dafür halt ein bisschen höheres Einkommen haben, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Müllmann, der halt jeden Abend nach Müll stinkt, aber halt in Ruhe seinen Job machen kann, ohne dass eben tausende Menschen auf den Sack gehen. So. Und sie ist halt, also nicht so ein Weltstar wie Will Smith, aber sie hat halt auch selber gutes Einkommen, gutes Auskommen und da ist es halt auch okay, wenn man mal irgendwie das wegsteckt. Und, ja, der größte Punkt an der ganzen Scheiße ist ja, hätte man das einfach unkommentiert gelassen, wäre es komplett an allen vorbeigegangen. Niemand hätte es interessiert. Und jetzt ist das, bis zum Erbrechen wird die Scheiße gememt, Alter, was ich für mit 10 Millionen Videos gesehen habe, wie einfach das irgendwie animiert wurde oder so. Also es wird echt zu Tode gememt, dieses ganze Event. Das wird nie wieder vergessen. Nee. Und jetzt wird auch jeder einzelne Scheiß-Comedian irgendwie darauf Bezug nehmen. Das wird für Jahre an Stoff sorgen. Und das alles nur, weil man ganz kurz mal gedacht hat, no, da muss ich jetzt aber mal hier zuschlagen. Hm. Ja, es ist die nächste Geschichte. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch so viel geredet habe, aber ich, also ich habe mir jetzt auch echt ein paar Tage drauf gefreut, mich da mal drüber auszulassen. Es ist voll okay. Es gab halt auch echt viele, die gesagt haben, dass es voll in Ordnung ist, weil die arme Frau wurde hier beleidigt und du musst halt die Ehre verteidigen. Oh, das ist so ein drückschrittliches Mindset, Alter, um dieses Dreckswort auch nochmal zu sagen. Ja, mega. War ja auch bei der Pocher-Geschichte so, dass dann auch viele gesagt haben, ja, geile Aktionen und so, ich würde es genauso machen, wenn es zu meiner Familie geht und Familie in Ehre und so. Finde ich, du machst dir echt keine Ehre damit, wenn du jemanden schlägst. Ja. Und noch als Nachgang, was so das Nachspiel war, offenbart sich Will Smith dann doch entschuldigt bei Chris Rock persönlich auch über ein Statement, dass es nicht okay war. Ja, ein Instagram-Statement. Aber immerhin. Und die Academy, Oscar Academy, hat auch überlegt, ihn auszuschließen, wollte noch beraten dazu, aber dazu kam es nicht, weil Will Smith jetzt selbst ausgetreten ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und das ist schon heftig. Das heißt jetzt, dass er gar keinen Oscar mehr gewinnen kann? Oder ist er nicht mehr in irgendeinem Gremium drin? Nee, ja, ja, Gremium. Also der kann natürlich nur Oscars gewinnen, so ist es nicht. Ach so, okay. Also er wurde irgendwie auch vor Ort gebeten zu gehen, hat das dann gelassen und irgendwie war die Polizei auch theoretisch vor Ort, um ihn abzuführen, aber dann doch nicht. Keine Ahnung. Ja, weil Chris Rock das nicht wollte. Er hat irgendwie gesagt, er will keine Anzeige machen und so. Er soll ihn da lassen. Was ich auch sehr krass finde. Ja, die kannten sich ja auch vorher, das muss man ja auch dazu sehen. Die haben ja vor 20 Jahren schon zusammen gefilmt. Die waren jetzt keine Fremden, die sich mal beleidigt haben. Die waren eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht sogar Freunde oder so. Und deswegen, ach, das ist alles, das geht gar nicht, Alter. Ich bin halt wirklich, also ich halte einfach, so stark es geht, einfach nur die Humorfahne hoch. Also, um gute Gags zu machen, muss man zwangsläufig auch schlechte Gags machen, weißt du? Und dann kannst du nicht sagen, oh, der ging jetzt gar nicht. Muss man halt irgendwie erdulden. Was ist denn das für eine traurige Welt, wenn wir gar keine Gags mehr machen könnten? Oder zumindest nicht. Nee, nicht gar keine. Es geht trotzdem auch ein bisschen um eine Gefühlsebene. Klar, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, wie eben Jada oder auch Will Smith, die müssen halt ein bisschen mehr ertragen als jetzt die Müllfrau, der Müllmann von nebenan, das ist keine Frage. Aber die müssen auch nicht alles erdulden, finde ich. Und wenn sie sich Personen verletzt fühlen, dürfen sie das durchaus auch kundtun, nicht mit Gewalt. Das hätte man ja rufen können zum Beispiel. Will Smith hat ja gerufen. Ich fühle mich verletzt. Und man hat ihn ja auch gehört. Naja, oder sagen, sie hätte halt zum Beispiel sagen können, ne, bist du sauer, weil es mir besser steht als dir oder was weiß ich. Und schon wäre die Situation übelst gut zu ihren Gunsten gelöst worden. Ja. Gäbe es denn irgendwas? Ich meine, du bist so eine Person, also auf mich wirkst du mal sehr, sehr ausgeglichen. Aber gäbe es denn irgendeine Situation, wo du an Will Smiths Stelle sitzt, im Publikum und irgendwer hätte eine Laudation oder irgendjemanden beleidigen, den du magst, dass du auch überlegen würdest, handgreiflich zu werden? Gäbe es denn irgendwas? Also handgreiflich glaube ich nicht. Das wäre wirklich nur, also wenn halt selbst irgendwie Gewalt droht, also so zur Selbstverteidigung. Aber ich bin der Meinung, dass man halt immer mit einer gewissen, was sagt man in Deutschland, so tongue in cheek, Zunge in der Wange. Ja, eine Gelassenheit, eine Gelassenheit, Zungehaltung. Also Selbstironie und so, dass man halt solche Situationen immer sehr viel besser löst. Oder halt mit einem Spruch zurück, das sage ich ja auch immer wieder, das ist natürlich aus meiner privilegierten, männlichen Richtung. Aber ich, also das ist meine Überzeugung. Ich bin natürlich da noch offen, da zuzulernen. Aber ich glaube, dass viele Situationen, in denen auch Frauen halt oft sich finden, nicht nur Frauen, wo man halt irgendeinen Spruch reingedrückt bekommt, wenn man dann halt irgendwie so still nach unten guckt und sagt, okay oder lass mal so, weißt du, dass das eine ganz andere Sache ist, als wenn man einfach einen Spruch zurücktrickt und sagt, ja alter, geh scheißen, was willst du von mir, erzähl deinen langweiligen Scheiß irgendjemand anderem oder so. Und ja, also deswegen. Aber macht auch die Öffentlichkeit einen Unterschied? Also glaubst du, wäre es auch so krass gehypt gewesen, wenn Will Smith ihm hinter der Kameras eine geklatscht hätte? Nee, auf keinen Fall. Also die Einschaltquoten sind dadurch ja auch hochgegangen. Also das war ja gerade das Ding, dass in den letzten Jahren die Oscars halt total an Relevanz verloren haben. Und die Einschaltquoten halt winzig waren und jetzt, ne, also winzig verglichen mit sonst oder mit früher. Ähm, und jetzt halt mal wieder was passiert ist, was die Oscars irgendwie relevant macht, wie auch immer man das halt jetzt nennen will. Ja. Es gab ja auch Stimmen, dass dieser Schlag von Will Smith und Chris Rock inszeniert war, aber das hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Aber so die ersten Reaktionen waren, ja, es ist auch vorher gestellt gewesen, guck mal, wie die Haltung ist. Da hab ich auch in die Nostarrafo wohlfühl-Oase ja auch so ein Bild gepostet von irgendeinem Wrestling-Fan, der meinte, Wrestling-Fans wissen mehr, das ist auch vorher gefaked gewesen. Aber das ist, äh, auf jeden Fall nicht so. Ja. Ja, und dann ist ja auch noch ein Video aufgetaucht von weiter hinten gefilmt, so ein Handy-Video, wo man eigentlich sieht, dass ursprünglich, ähm, die Jada auch zumindest so ein bisschen sich geschüttelt hat vor Lachen bei dem Gag. Und dann aber wahrscheinlich ihr so ein bisschen das Lachen im Hals, oder weiß ich nicht. Und was ich halt echt weird finde, in diesem Video sieht man halt von hinten die beiden und Will Smith steht auf und setzt sich wieder hin. Und sie guckt nur so ganz kurz rüber, also die, die, weißt du, die gucken sich gar nicht an. Mhm. Und dann, Jada lacht auch noch über den Gag, den halt Chris Rock nach der Ohrfeige macht. Weißt du? Oh. Ist nicht so, äh, jetzt hast du gekriegt, was du verdient hast, sondern sie lacht halt über seinen Gag danach. Als wäre das alles so ein ha-ha-litziger. Also vielleicht hat sie in dem Moment auch nicht gecheckt, wie hart der Schlag dann auch war oder so. Aber, ja, die gucken sich halt nicht an. Also ich glaube nicht, dass die die geilste Ehe haben. Aber na gut, da würde ich jetzt eigentlich nicht drüber urteilen. Who knows? Who knows? Ich habe mich jetzt ausgequatscht, was das Thema angeht. Aber es gab eine Person, die noch mehr eingesteckt hat. Und zwar gab es einen Mann aus Sachsen, der hat sich angeblich 87 Mal gegen Corona impfen lassen. 87 Mal. Alter. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Sex-Ding. Der hat sich 87 Städtos eingesteckt. Nee. Ja, äh, ich hoffe, der bleibt gesund. Aber nicht etwa aus Gründen der Angst, weil er irgendwie unbedingt gegen Corona geschützt sein wollte, sondern weil er Impfpässe gefälscht hat. Der hat quasi immer, kam immer mit neuen Impfpässen an und neuen Namen, hat sich halt impfen lassen für andere Leute sozusagen und hat die dann weiterverkauft. Großartig. Was, also was verlangt man da? Vielleicht ist das ein Geschäft für mich. Weiß ich gar nicht, aber es ist halt sehr einfach, einen Blanko-Impfpass zu bekommen, ist ja klar. Kann man ja einfach online bestellen. Und, aber ich dachte, dass sie beim Impfen nach deinem Ausweis fragen. Also ich war jetzt dreimal zum Impfen und ich dachte, dass sie meinen Ausweis sehen wollten. Oder liegt da falsch? Ich glaube auch. Aber vielleicht war das wieder in so einem Dritte-Welt-Bundesland. Na, in Sachsen halt, ne? Ja, siehste. Der ist jedenfalls jetzt verhaftet worden. Und was, was ich, was ich mir gedacht hatte, ist, das ist doch jetzt für die, für die Querdenker auch eine ganz komische Situation. Und ich weiß nicht, was sie jetzt daraus für Schlüsse ziehen. Entweder... Ja, wie gefährlich ist Impfen dann noch, ne? Entweder ist die Impfung jetzt durch total harmlos, weil ich kann mich sie im Nachtzimmer impfen lassen, ohne zu sterben. Oder sie sagen, was auch mein Bekannter sagt, mit dem ich manchmal noch schreibe bei Telegram, dass ich jetzt daran ersehen kann, dass die Impfung gar nichts nützt und nichts bringt. Dass es ja alles nur Placebo wäre. Ja. Schwierig, ne? Aber du merkst, die können aus... Es wird beides geben. Das ist so krass. Ja, deswegen ist es auch echt schwierig, mit diesen Hardlinern dann zu argumentieren. 87 Mal, das ist heftig. Weil ich lag ja auch meistens flach. Also bei zwei von drei Impfungen war ich auch richtig kaputt. Dann für einen Tag. Und ich weiß nicht, wie der Mann das geschafft hat. Auch offenbar mehrmals am Tag übrigens, ne? Der war manchmal auch... Manchmal zwei, drei Mal irgendwie bei verschiedenen Impfstellen. Weil ich da das hinterher so ausgedrückt. Ghosthutschen lassen. Ja, genau. Wie Schlangengift. Aber wie krass ist das? Also ich war echt schockiert. Krass, krass. Ja, wusste ich nicht. Aber mich interessiert... Also ich wusste nicht, dass das für Impfpass-Fälschung war. Mich interessiert wirklich, was die Leute dafür zahlen. Also was ist es dir wert, diese schlimme Impfung zu umgehen, aber trotzdem Impfpass zu haben? Weißt du? War das eher so im Hunderter-Bereich oder Tausend? Weil ich glaube, für Hundert machst du das nicht 87 Mal. Aber für Tausend? Ich dachte, dass in der Nostra Wurfel-Oase auch mal so die Diskussion war, wo jemand auch so Links geschickt hatte, wo man sowas machen könnte theoretisch, um das erstmal aufzuzeigen, wie einfach das eigentlich ist. Und man kann ja auch einfach die Leute kontaktieren, den bestellen, aber nicht bezahlen, weißt du? Dass man denen so ein bisschen das Handwerk legt, dem man sagt, man blockiert einfach jetzt so 10 Aufträge und schickt die irgendwie an Mr. Bean in der Hitlerstraße 5 oder so. Das geht ja auch. Also es scheint nicht teuer zu sein. Also ich dachte auch so was von 120 gelesen zu haben, maximal. Aber auch so für 60 Euro. Und es gibt glaube ich auch von Leroy, diesem YouTuber, auch ein Interview mit jemandem, der mit einem Impffälscher ein Interview geführt hat. Der zwar selber irgendwie kein Impfgegner ist, aber halt gesehen hat, dass man damit Geld machen kann und dass es illegal ist. Weil es war ja echt anfangs noch keine Straftat, ein Gesundheitsdokument zu fälschen. Das kam ja erst jetzt durch die Pandemie. Ja geil. Ach du Scheiße. What happened? Ich verstehe erst jetzt, dass Jada Pinkett Smith Niobe von Matrix ist. Keine Ahnung. Das ist ja der Wahnsinn. Das wusste ich ja gar nicht. Ich auch nicht. Na jetzt bin ich, also die mochte ich ja, jetzt bin ich doch offended. Über die macht man keine Witze. Dein Sound hat sich irgendwie gerade verändert, aber ich denke mal, es liegt an Discord und nicht an deinem Aufnahmeprogramm. Ja, denke ich auch. Okay, sweet. Hier läuft alles. Alter, jetzt verstehe ich das erst. Gucke mal. Na toll. Na gut. Da war die Ohrfeige. Jetzt sehe ich Matrix in einem ganz anderen Licht, Alter. Das wollte ich gar nicht wissen. Jetzt gucke ich mir andauernd Matrix an und sehe da nur die Alte, die ihren Boy vorschickt, um Schläge auszuteilen. Na super. Gut gemacht, Will Smith. Jetzt war es doch richtig. Na gut. Alter, das ist gerade richtig Mindblow-Faktor für mich. Holy shit. Aber okay, wir haben noch ein paar andere Themen und nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, voll. Ich muss nämlich dann nach der Aufnahme auch gleich weiter. Ganz wichtig hier unterwegs. Es war der 1. April, Tino. Das ist ja wohl mit Abstand der witzigste Tag des Jahres. Wir machen auch die Amateure-Witze. Oh, fuck. Nein, ganz kurz nochmal einen Step zurück. Einen Tweet habe ich mir, wenn ich doch gescreenshottet. Chris Rock's One Joke was rooted in... Warum steht da Musogynoi? Weiß ich nicht. Also Musogynie. Texturism, ableism. Degrading a black woman in a room full of her peers on live TV. That fact that you all don't see that as violent is beyond me. Also hier wird einfach die Definition von Gewalt irgendwie komplett verdreht und dann gesagt, dass dieser Joke an sich Gewalt ist. Und das finde ich halt auch bei vielen anderen Sachen schwierig. Wenn man sich halt nicht mehr an, ich sag mal, Duden-Definitionen hält, dann kann man sich die Welt halt auch drehen, wie man lustig ist. Die Weltordnung des Dudens. Ja, ist so. Also du brauchst feste Definitionen für Wörter, sonst funktioniert Sprache nicht. Also natürlich ist das im Wandel und alles bla bla, aber es muss ja trotzdem in irgendeiner Form, du kannst nicht irgendwann sagen, eine Wand ist jetzt halt keine Wand mehr so. Ich wollte es gerade sagen, dass Sprache sich wandelt und auch Bedeutungen sich ändern und Gewalt ist ja, also selbst jetzt in der Kindeserziehung, also Kindesmisshandlung war ja früher auch nur irgendwie ein Kind schlagen, aber inzwischen kann ja auch psychische Gewalt Misshandlung sein. Ja, aber dann ist es ja explizit als psychische Gewalt herausgestellt. Das ist ja trotzdem was anderes. Und wenn man dann sagt, dass diese Gewalt die andere Gewalt rechtfertigt, weil genau das sagt dieser Tweet letztendlich, das ist dann halt dumm. Ja, nee, die Ohrfallgewalt in dem Moment einfach nicht notwendig. Als wäre Chris Rock irgendwie zu seiner Frau gegangen, hätte sie geschlagen, ja, dann vielleicht als Rückschlag, aber so nicht. Ja, ich wollte es nicht nochmal zu lang aufrollen, aber ich hatte es mir ja ausgespielt. Hast du gemacht jetzt, hast du gemacht. Ja. Also Tino, was war denn der witzigste April-Scherz für dich? Meiner, den ich gemacht habe. Das war echt überraschend. Ich habe nämlich gepostet, ich habe so ein Screenshot gepostet von meinem Tatort-Auftritt damals, vor ein, zwei Jahren, wo ich zwischen Nora Tschirner und Christian Ulm stehe. Habe halt zugeschnitten, dass halt nur Nora Tschirner nicht zu sehen sind. Habe halt geschrieben, jetzt ist es raus, ich werde Christian Ulm beim Tatort zweimal ersetzen. Erste Folge kommt um die Weihnachtszeit. Und es kamen ohne Spaß 20 Nachrichten bei Instagram sofort nach wenigen Minuten. Oh, Glückwunsch, endlich, ich gönne es dir. Hast du dir so verdient und so. Und ich dachte, fuck. Das war nicht mein Plan, dass die Leute echt ernst nehmen. Und auch so Verwandte, so ein paar und echt nahe Bekannte. Das war mir fast unangenehm, aber es gab so, das Verhältnis war so 70, 30. Also 70 haben sie ernst genommen, 30 haben dann geschrieben, haha, April, April, lustig. Okay. Ich habe gar nicht, hörst du mich? Ja, es war gerade so abgehackt. Ich habe gar nicht viel tatsächlich gelesen, weil ich dachte, gerade wegen des 1. Aprils habe ich wenig auf Social Media gescrollt, weil ich dachte, ich werde eh nur verarscht bei jedem zweiten Posting. Und habe an dem Tag mal so ein bisschen Pause gemacht. Ja, also ich habe eine Sache mitbekommen, bei der ich bis heute nicht so ganz weiß, ob es vielleicht doch noch ein Aprilscherz ist, die mich vielleicht so ein bisschen tangieren würde. Dass Jim Carrey gesagt hat, er hört auf mit Acting, weil er sein ruhiges Leben mag. Und dann wäre sein letzter Film jetzt Sonic 2. Ich weiß ja nicht. Verdient. Also das fände ich wahrscheinlich ein bisschen schade, obwohl die Person selbst auch ein bisschen an Glanz verloren hat für mich, sage ich mal. Aber schon so ein Held meiner Kindheit gewesen ist. Ja, voll. Die Truman Show und die Maske. Ja gut, Truman Show war jetzt nicht unbedingt so mein Kindheitsfilm, aber ja, die Maske, Dumm und Dümmer, Ace Ventura vor allem. Sehr, sehr geil. Also gut, aus heutiger Sicht finde ich es, glaube ich, auch nicht mehr so gut, aber damals halt, ne? Mega abgefeiert. Ich glaube, es gab von... Und das kam am 1. April raus, dass der Held aufhört. Ich glaube, es kam von Rammstein auch eine Meldung, dass sie irgendwie eine Klinik aufgemacht hätten, irgendwie in Berlin. Da habe ich den Gag aber nicht ganz verstanden. Was gab es denn noch? Ich habe wenig mitbekommen. Ich habe auch an dem Tag, glaube ich, gar nicht so viel mit Menschen interagiert. Besser ist es. Was war das für ein Tag nochmal? Ein Freitag. Ach, da war ich eh am drehen, stimmt. Ich merke gerade, das ist die große Hollywood-Ausgabe dieses Mal. Denn ich habe noch eine Story zu einem Schauspieler. Ein deutscher Schauspieler, der ganz groß in Hollywood ist, hört jetzt auf aufgrund von einer Krankheit. Weißt du, von wem ich rede? Nicht von Jim Carrey. Wie ein deutscher Schauspieler hört auf aufgrund von einer Krankheit. Achso, ja, stimmt. Meinst du, meinst du, der Synchronsprecher von Will Smith? Nee. Quatsch, Quatsch. Hört der auf? Nein, von Bruce Willis, meine ich. Aber wieso der Synchronsprecher? Naja, weil doch Bruce Willis aufhört. Und der Synchronsprecher von ihm, der ist ja auch ein Schauspieler, ein Deutscher. Und der hört jetzt mit Synchronisieren auf, von einem Will Smith-Film, von einem Bruce Willis-Film. Fuck. Also, gut, der hat aber noch tausend andere Stimmen, die der spricht. Also, ich glaube, der hört nicht komplett auf, oder? Du meinst, weil Bruce Willis aus Deutschland ist, also geboren ist. Bruce Willis ist aus Deutschland in Idar-Oberstein geboren. Und hört auf, denn er hat Aphasie, also er baut so gedanklich ein bisschen ab. Also, der hat jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren 18 Filme gemacht, um nochmal richtig Geld ranzuholen. Und da gab es halt schon immer die Gerüchte. Und weil man auch in den Filmen teilweise sieht, dass er so einen Knopf im Ohr hat, weil er sich den Text nicht mehr merken kann und sowas. Oh, krass. Und er teilweise einfach nur so rumsteht und quasi halt für seinen, ja, für seinen Fame quasi bezahlt wird. Und der hört jetzt endgültig auf. Und das ist, ich muss sagen, ich hatte halt immer so das Gefühl, dass Schauspieler bis ins sehr hohe Alter kognitiv sehr, sehr fit sind, weil die sich halt ihr Leben lang so viel Text und sowas merken müssen. Ja. Und er ist jetzt einmal der erste Gegenbeweis, sage ich jetzt mal vorsichtshalber. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nicht eine Sache ist, die quasi völlig unrelated ist zu deinem geistigen Zustand, dass das halt theoretisch jeder bekommen kann. Es ist ja auch eine Erkrankung, ja. Es ist ja ein bisschen, also nicht wie, aber es ist ja bei Alzheimer auch so. Du kannst ja auch dein Gehirn trainieren dein Leben lang, wie du willst. Wenn du aber Alzheimer bekommst oder so oder Amnesie bekommst, dann hast du halt, da war es egal. Aber also bei Demenz ist es ja quasi so, so mein letzter Kenntnisstand, dass wir eigentlich alle halt dement werden. Die Frage ist halt nur, wie spät es bemerkbar wird, weil du dich halt fit hältst im Kopf. Ja. So. Und das ist halt eine Sache bei der Bruce Willis Sache, jetzt weiß ich nicht, ob das da, also es ist ja nicht natürlich, sage ich mal. Aber das ist trotzdem halt so eine Sache, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich weder als Betroffener Bock drauf, noch als Hinterbliebener beziehungsweise Familienangehöriger oder was auch immer. Wenn dann die Leute irgendwie, also es ist ja nicht so, dass er dich nicht erkennt, soweit ich weiß, aber er kann sich dann einfach nicht mehr ausdrücken. Ich habe auch so ein Beispielvideo gesehen von jemandem, der das richtig schlimm hat und er sagt dann in so einem ganz normalen Sprachduktus ganz viele Sätze, aber die ergeben alle keinen Sinn. Das ist ganz weird. Ja, es ist schon sad, gerade als Schauspieler, wenn du ja darauf angewiesen bist, auf deine Gehirnleistung, ja, du musst ja Texte merken, sprechen und so, dann hast du halt verkackt so und dann kannst du nicht mehr arbeiten. Und ich würde gerne wissen, ob er noch irgendwas anderes macht. Ich meine, ob er auch irgendwie jetzt Bücher schreibt wenigstens, ob er, weiß ich nicht, Filme schreibt, Regie führt, das kann man ja auch machen, wenn man irgendwie sich Sachen nicht merken kann vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls sehr sad, wobei ich auch mal gelesen hatte in irgendeinem Artikel, dass er wohl auch nicht der geilste Typ wäre, Bruce Willis ist aber auch, wie Leute schlecht behandelt und so, aber das kann ich natürlich auch nicht verifizieren, ich habe ihn nie getroffen. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass ihm jetzt hinterher die goldene Himbeere weggenommen wird. Aber krank, auch das noch, toll. Er ist so krank, das ist voll, das ist so ableistisch, weißt du, dass man ihm die goldene Himbeere aber kennt, finde ich nicht gut. Ja, ist schon witzig. Also ist es natürlich nicht witzig, aber dass man sagt, guck mal, so ein beschissener Schauspieler, ja, gebt man dem jetzt mal so einen Preis, weil er so scheiße ist und dann, oh, warte mal, der war die ganze Zeit irgendwie kognitiv nicht auf der Höhe. Entschuldigung. Ja, aus der Sparte gesehen ist es schon irgendwie, verstehe ich den Gedankengang, weil die goldene Himbeere ist ja für die, die es nicht wissen, ein Negativpreis für schauspielerische Leistung, die Bruce Willis bekommen hat in seinen letzten Filmen so und jetzt ist er halt nicht mehr lustig, weil du halt weißt, okay, er kann nichts dafür, er hat eine Erkrankung und da ist ja, ist halt jetzt irgendwie nicht mehr lustig. Ja, aber es ist schon an sich lustig, dass das so passiert ist. Da eine gewisse Ironie zu sehen, kann ich nicht umhin. Aber der größte Abschied der Woche war ja Vera Entwehen. Natürlich, klar. Schock für TV-Fans, Vera Entwehen, verkündet ihr Karriereende. Ist es nicht traurig? Nee. Es ist nicht traurig. Furchtbare Frau, tut mir leid, also ich fand sie als Kind immer sympathisch, wenn sie so in ihren Talkshows aufgetreten ist und so, aber wenn man erwachsen wird und hinter die Fassaden guckt, was so passiert, Hashtag Vera Fake, dann steht sie in einem ganz anderen Licht da und dass sie halt echt schon immer mit Leuten Geld verdient hat, die irgendwie nicht ganz auf der Höhe sind und die nicht wissen, was sie tun, das ist schon sehr armselig und ich finde es gut, dass sie jetzt nicht mehr Leute in Gefahr bringt, wobei natürlich das System bleiben wird, sowas wie Schwiegertochter gesucht und so wird noch fortgeführt, bestimmt in anderen Formaten, aber ich werde Vera nicht vermissen. Der Vera Fake ist jetzt auch schon echt eine Weile her, ne? Ist schon krass. Sechs Jahre ist es schon her, fast, ja. Damn, Alter. Time flies when you're having a good time oder so. Ich hätte auch noch eine Anschluss-News. Wir haben noch mal gesprochen über, wie heißt denn, dieser jüdische Musiker nochmal, ich habe es gerade noch hier gesehen. Gil irgendwas. Genau, der... Ich habe mir nur Gil gemerkt, weil das die Währung aus Final Fantasy ist. Reicht ja auch. Jedenfalls Gil Ufraim, glaube ich. Ich finde die News gerade nicht. Jedenfalls... Ufraim. U-F-F-R-A-I-M. Ufraim, super, danke. Der hat ja eine Hotelkette beschuldigt, dass er abgewiesen wurde an der Rezeption mit den Worten, nimm erst deine Kette ab, wo halt so Davidstern drauf war, sonst darfst du hier nicht einchecken. Und hat dann halt so ein Video gemacht, wie er vor dem Hotel saß und hat das halt viral gemacht und die Zerstörung des Hotels, kann man sagen. Und dann wurde dann dieser Mitarbeiter entlassen, der das angeblich gesagt haben soll. Aber inzwischen hat sich das Platz völlig gewendet. Also der Mitarbeiter darf wieder arbeiten. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt wegen dieser, naja, ist es Beleidigung, Verhetzung, ich weiß es nicht. Wurde jedenfalls fallen gelassen. Verleumdung dann oder was? Achso, nee, in die andere Richtung. Wurde fallen gelassen, weil man auf den Kameras nicht sehen kann, dass er die Kette überhaupt getragen hat. Und auch, wie er sich verhält vor der Rezeption, macht auch seine, oder ergeben seine Schilderung wenig Sinn. Man geht eher davon aus, dass er sofort irgendwie gedroht hat, wenn er nicht sofort durch darf und er seinen Schlüssel nicht gleich bekommt, er Welle macht und hier bam, 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 das Hotel zerstört mit irgendeinem viralen Hit und so. Das könnte er wohl sehr einfach machen. Und auch die Menschen, die rundherum standen und so, und die Mitarbeitenden, die Zeugen sind, haben alle gesagt, dass ihr nichts aufgefallen ist in der Richtung. Und nur einer, glaube ich, von 20 oder einer von 10 der Befragten hat diesen David-Sterne gesehen. Die anderen sind aufwassbar und den Stern hat er gar nicht um. Und jetzt wird halt ermittelt gegen diesen Musiker wegen Verleumdung. Zu Recht. Es ist schade, weißt du, es ist krass, weil so viele Menschen irgendwie antisemitische Angriffe erleben und beleidigt werden und diffamiert werden, dann kommen halt solche Fälle auf, die halt gefakt sind. Also vielleicht gefakt sind. Und das wäre echt traurig, wenn rauskäme, endgültig, dass er das nur gelogen hat. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die wirklich diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, Religion, was auch immer. Ja, und das ist dann halt wieder ein weiteres von diesen, ich mache jetzt hier mal einen künstlichen Shitstorm, diese Kultur da rum, weißt du. Ja. Also, ganz, ganz schwierig. Äh, ja, cool. Wollen wir noch was Fröhliches besprechen? Äh, wenn du was hast? Ja, rplace. Vielleicht hast du es in der Oase mitbekommen. Hm, nee. Das ist so ein Reddit-Event. Das war 2017 auch schon mal. Und das ist richtig geil. Cool. Also, ich erkläre das mal kurz. Ja. Das ging dir jetzt vier Tage, ist gerade im letzten Tag. Und, ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Also, du darfst als Nutzer alle fünf Minuten auf einer riesigen Kachel einen Pixel setzen in der Farbe. Irgendwie gibt es zehn Farben zur Auswahl. Mhm. Du darfst einen Pixel setzen alle fünf Minuten. Kann natürlich dann jeder auch drüber gehen wieder über deinen Pixel. Mhm. Und so haben sich ganz viele Communities zusammengeschlossen und bauen dann halt so Artworks innerhalb von diesem Ding. Mhm. Das ist mega nice. Warte, ich kann dir auch auf Discord einfach mal ein Bild davon schicken, wie das aktuell aussieht. So im Fast-Endstadium ist jetzt wirklich die letzten Stunden. Und das ist halt super geil, weil dann gibt es überall so Fähnchen und dann wird sich gegenseitig getrollt. Dann gibt es die Among Us-Community, die überall diese kleinen Among Us-Figuren einbauen und sowas. Ich schick's dir hier mal auf Discord einen Überblick. Oh. Und das hat halt mit einer, ein so einer Kachel angefangen und dann wurde es dreimal erweitert. Also ein Quadrat und jetzt sind es quasi vier Quadrate hintereinander. Mhm. Und da wird halt einfach Kunst gemacht quasi. Ist schon geil. Und das hat für mich fast so den Vibe von Twitch-Plays-Pokémon, als das erste Mal rauskam. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ja, stimmt. Wo du so ein Hive-Mind von Twitch-Usern per Eingabe in den Chat quasi alleine Pokémon gespielt haben, ohne dass ein Streamer anwesend war. Und das war so geil, weil da halt sich auch so tausende Memes drum ranken, wie, also Twitch-Plays-Pokémon ist für mich auf jeden Fall nochmal drei Ebenen höher. Das war richtig geil. Aber hier ist es halt auch so, dass dann so Referenzen gemacht werden und dann wird von den Leuten, die die Deutschlandfahne irgendwie machen, wird dann halt die Franzosenfahne angegriffen und die weicht dann aber nach oben aus und so. Das ist alles so geil. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so fahnenlastig ist, weil die Bilder an sich finde ich viel geiler. Ich sehe ganz viel Deutschlandfahnen hier. Schwarz-Rot-Gold ist über das ganze Bild erstreckt. Dann sehe ich noch die Mona Lisa, kann man sehen. Die Merkel-Raute sehe ich hier. Dann einen Clown. Ich glaube, Putin habe ich auch erkannt gerade irgendwo. Ja, fuck Putin steht auf jeden Fall ganz oft da. Ja, aber auch ein, ein... Achso, das ist Putin, wie er eine Kippe raucht oder so und zensiert ist. Okay, offenbar so Read-Werbung. Ja, ein Twitch-Logo. Krass, also man kann ja echt einiges erkennen. Und das ist quasi dann abgeschlossen. Irgendwann ist dann Schluss und dann ist das Endergebnis dann fertig. Man kann das dann runterladen, sich angucken. Ja. Oder als NFT kaufen. Ich finde halt, solche Actions sollte es irgendwie viel öfter geben. So dieses Hive-Mind-Ding. Ich liebe das, ey. Und wenn es so ein ganz kleines Zipfelchen ist, wo jemand irgendwas eingebaut hat, so eine kleine Community, mega gut. Man kann echt so ein Spiel draus machen. Irgendwie finde die Monkey-Di-Ruffy-Flacke, ja, von One Piece. Oder finde hier die türkische Flagge und so. Es sind echt viele Flaggen, oh Gott, oh Gott. Ja. Mega nice. Cooles Event. Also, großes Lob geht raus. Geht, wie gesagt, vier Tage. Und ich hoffe, das wird jetzt einfach einmal jährlich gemacht oder so. Denn, gotta love it. Wie oft gab es das schon? Das ist das zweite Mal erst. 2017 war das letzte Mal. Also, das war, das ist, glaube ich, auch zum 1. April gewesen, so als Gag. Und dann hat es aber so viel Anklang gefunden. Es gab auch jetzt den einen oder anderen Skandal, dass irgendwie Moderatoren von dem Subredditor beschissen haben, weißt du, und halt mehrere Punkte gesetzt haben. Aber trotzdem. Frech. Das drückt die Geilheit dieses Events an sich nicht. Nee. Auch ein geiles Event ist auf jeden Fall, wenn man in Russland, in Tschernobyl rumhantiert und Schützengräben gräbt und auf einmal verstrahlt wird. Und dann in Bussen abtransportiert wird. Ja, das ist halt echt sad. Also, weil ich glaube halt auch, dass die ganzen russischen Truppen gar nicht wissen, was die eigentlich tun. Ja, die bekommen ja auch nur die Befehle von ganz oben, von Putin höchstwahrscheinlich selber. Und können erstens nichts dafür, weil die werden ja eingezogen, die müssen ja in den Krieg ziehen. Die bekommen nur ein Drittel der Informationen wahrscheinlich, wenn überhaupt. Die wissen gar nicht, dass sie gerade irgendwie eine krasse Invasion davor haben. Und müssen tun, was ihnen gesagt wird. Und wissen vielleicht gar nicht, wo sie sind. Vielleicht wissen sie ja gar nicht, dass es gerade Tschernobyl ist. Keine Ahnung. Und werden da irgendwie verheizt in diesem Krieg, für den sie gar nicht stehen eigentlich. Für den sie verarscht worden sind. Und wie ich auch in der Oase gesagt habe, die Telegram-Gruppe, in die man sich bei Patreon einkaufen kann, da sind halt auch einfach blutjunge Soldaten hingeschickt worden, die vielleicht auch noch nie was davon gehört haben. Weil damals schon, als Tschernobyl passiert ist, hat ja die Sowjetunion gesagt, nee, ach, alles unter Kontrolle und die Zahlen sind viel niedriger, als man vielleicht denkt und so. Also warum sollte Russland jetzt bei der ganzen Propaganda, die die machen, sagen, ja, übrigens, damals haben wir hier richtig hart Scheiße gebaut und so. Stimmt. Ja, das ist zwar jetzt auch nicht uplifting so, aber ich habe auch einige Kriegsvideos zugeschickt bekommen, was da so los ist. Und sie haben auch irgendwie heute wieder irgendwie von einer zurückeroberten Stadtteil durch die Ukraine ganz viele tolle Zivilisten gefunden und sowas darauf hinweist, dass die russischen Truppen auch die Zivilisten abmurksten, Reihe nach, die auch gefesselt waren und so. Also, die vergehen richtig krasse Kriegsverbrechen. Und es muss sich gerade so ein bisschen, aber auch die Ukraine, also es soll auch Videos von der anderen Seite geben, die halt irgendwie russische Gefangenisse richtig misshandeln und ins Bein schießen und so. Und die Eltern anrufen sollen der toten russischen Soldaten, um die zu verhöhnen. Ob das alles immer so stimmt, weiß man nicht, aber es gibt jedenfalls viel Material aus dem Krieg, was richtig, richtig schlimm ist. Und ich weiß nicht, es macht mich richtig sad, zu wissen, dass es gerade eine Wirklichkeit ist und dass man irgendwie auch nicht sagen kann, also auch die russischen Truppen, wenn die irgendwie Mist bauen, weißt du ja auch nicht, ob die jetzt diesen Befehl bekommen haben oder ob es eigene Entscheidungen gewesen sind. Das ist so undurchsichtig und so eklig. Und ich hoffe, dass es echt bald vorbei ist, dass sie sich irgendwie einigen können. Und dass sie dann aber auch wirklich ermitteln und dass irgendwie diejenigen, die schuld sind in diesen Kriegsverbrechen, dass sie auch irgendwie bestraft werden. Also allen voran Putin, dass der den Haar kommt, vor das Gericht und da richtig einen auf den Platz bekommt. Mal schauen. Ich finde halt auch einfach, dass wir, wir haben halt dafür überhaupt keine Zeit, keine Zeit, kein Volumen. Wir müssen uns mit so einer Scheiße hier rumärgern, während irgendwie die Erde brennt, weißt du. Und der Krieg an sich ist ja jetzt auch nicht so geil für die CO2-Bilanz. Ja, das auch, ja. Ja, es ist einfach alles Kacke und ich weiß nicht, wie es weitergeht und so. Es deprimiert mich manchmal auch ein bisschen, wenn ich ja manchmal abends so am Laptop sitze und mir so Videos angucke und so berichte vom aktuellen Konflikt. Das zieht einen halt voll runter. Aber ich will auch nicht dem ausweichen, weil ich auch wissen will, was passiert und wie ich mich positionieren kann. Und na klar gibt es auch in der Ukraine irgendwie Neonazis und so, Leute, die scheiß, scheiß Dinge tun. Aber verantwortlich für einen Mist bleibt halt Putin, die russische Regierung. Da werden die nicht einmarschiert, weil das alles nicht passiert. Ja. Deswegen finde ich es auch immer so lächerlich, wenn irgendwie Leute sagen, ähm, Zelensky wäre verantwortlich für die, die Toten, weil er ja nicht aufgibt. Das stimmt nicht. Also, das ist so ein bisschen dieses Batman-Joker-Ding, was wie bei, bei The Dark Knight, als irgendwie Joker ihm auch droht. Jeden Tag, wo er sich nicht zeigt, irgendwie Batman, bringt er halt Leute um. Ähm, so einfach, um zu zeigen, hier, wer der Stärkere ist und so. Diese Verantwortung abzuwälzen, weil die Leute sterben immer noch aufgrund halt der, der, des Gegners und nicht derjenige, der bedroht wird. Yes, yes. Ja, machen wir hier keinen Debbie-Downer zum Schluss. Ich habe noch zwei, also eine positive und eine okaye Nachricht. Äh, die erste Amazon-Gewerkschaft in den USA ist jetzt gegründet worden, erfolgreich. Stimmt, stimmt, ja. Wieder aller erwarten auch, also sehr geil. Und ein Rapper ist gestorben vor zwei, drei Wochen. Juhu! Gu New hieß der, der war erst 24 und wurde, glaube ich, erschossen. Shit. Und das ist jetzt nicht weiter nennenswert, aber, und ich fand es erst super weird und dann dachte ich, hm, eigentlich ist es gar nicht so viel anders als das, was wir in Deutschland machen. Dieser Rapper wurde jetzt präpariert, als Leiche in einen fucking Club gestellt. Sieht ganz unangenehm aus, also als will er da gar nicht sein. Ist ja eine Leiche. Ähm, und alle feiern drumrum. Also es ist eine Riesenparty. Die haben den ausgestopft. Und der hat schildert als, na, nicht ausgestopft. Oder weiß ich nicht, muss er den da ausstopfen? Die haben den halt hergerichtet, wie wir das halt hier auch auf dem, mit so einem offenen Kasten gibt's das doch auch in Deutschland, oder? Dass man halt irgendwie das nochmal anguckt. Ja, aber... Totenwache oder wie das heißt. Ja, so, so, so. Ja, in der Kirche oder irgendwie, weiß ich nicht wo, bei der Beerdigung. Aber in Clubstellen. Alter, ist das krank. Das Witzige ist halt auch, dass er aufrecht steht. Er liegt nicht auf einer Bar oder sowas. Der steht da aufrecht auf der Bühne am Rand. Er hat eine Krone auf. Mit der fucking Krone auf. Das ist ganz, ganz seltsam. Aber dann dachte ich, na gut, verglichen mit diesem in der Kirche und so, ist es vielleicht gar nicht so weird, weil, also, du willst ja schon eher, dass die Leute sagen, hey, yo, geil, cool, dass es dich gab. Und ich, also, finde ich jetzt so, nicht dieses, oh, ganz traurig und jetzt schützen wir uns alle die Pulsadern auf, ist ja so schlimm, sondern eher so, diesen Vibe ist eigentlich geiler. Also, ich glaube, wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre das für mich auch besser. Aber dieses Dastehen, da würde ich dann doch lieber im Glaskasten liegen wollen, als da so weird am Rand rumstehen. Das ist ganz komisch. Es ist ein bisschen befremdlich, aber ich finde, du hast recht. Ich finde es einen witzigen Umgang mit dem Tod. Und vielleicht war es ja auch sein Wunsch, nach seinem Tod irgendwie, nachdem er erschossen worden ist mit jungen Jahren, in einem Club ausgestellt zu werden. Wer weiß. Ja. Ich hoffe, dass das nur so ein einmaliges Event war und dass das ja nicht die nächsten sechs Monate da jetzt so rumsteht und vor sich hin schimmelt. Ich habe auch noch eine, ein Uplifting-News. Und zwar die Tracklist des Rammstein-Albums wurde jetzt veröffentlicht. Und der Witz daran ist, hast du die Songs schon durchgelesen, wie sie heißen? Nee, aber ich habe Werbung bekommen von diesem Zeitsong und dachte mir, warte mal, ist das Rammstein oder ist das jetzt irgendwie Heino oder so? Irgendwie hat es echt, es hatte echt so einen harten Schlager-Vibe, muss ich sagen. Aber die Tracklist, ich lese sie mal kurz vor und dann wird vielleicht klar, was daran so witzig ist. Die Songs heißen Armee der Tristen, Zeit, Schwarz, Giftig, Zickzack, Okay, Meine Tränen, Angst, Dicke Tüten, Lügen, Adieu. Ja, alles sehr, sehr düster und dann mittendrin Dicke Tüten. Finde ich großartig. Das ist für mich Rammstein. Naja, da bin ich mal gespannt. Also ich finde, Rammstein ist für mich eine Spur zu, ja, wir machen jetzt hier profan und ficken, ficken, Fick Mathematik und so dieses, das ist mir immer eine Spur zu tun. Das war ja Lindemann, zwei Lindemann-Solo. Aber ich will ficken ist doch nicht von dem Solo, oder? Was ich in der Story hatte? Nee, weiß ich nicht, kann sein. Na, sie haben einen Song, der heißt ... Ich kenne jetzt nicht die ganze Diskokratie, aber ... Ich schon. Also, okay. Es gibt einen Song vom ersten Album, das hieß Das alte Leid, wo es dann so ein Gag am Ende ist, irgendwie dieselbe Sache und das alte Leid. Ich will ficken! Das machen sie auch nicht immer. Also es gibt ja auch viele Texte, die sehr tiefgründig sind, sehr klug gereimt auch, nicht immer. Sie haben viele schwache Texte, aber auch sehr viele starke Texte. Hm. Ja, will ich nicht haten, aber das ist mir halt manchmal irgendwie eine Spur zu viel. Okay, das ist deine Meinung. Wenn ich es mitgekriegt habe. Ja, ich ... Hört ihr das Album rauf und runter, ist völlig okay. Mach ich auch, wenn es rauskommt. Gut. Schön. Dann sind wir über die Zeit. Was geht mal der Woche? Ich habe schon in den Kommentaren geschrieben, dass es für mich mindestens eine 8 ist. Ja, ja. Aber ich würde aufgrund der Positivität von Plays auch auf 8,5 gehen. Ja, doch, 8,5 ist gut. Ich finde dieses Event supergeil und dieses Will Smith-Ding war halt echt auch mal wieder was, wo irgendwie die ganze Welt gefühlt drüber redet. Ja. Jetzt mal, ne, abgesehen von schlimmen globalen Events, sondern einfach nur so ein Skandal oder so ein Happening. Und Vera Entwehen, hört auf, ist auch eine riesige Nachricht. Ja, riesig. Die uns maßgeblich beeinflussen wird. Und Pocher, also 8,5, da bin ich, glaube ich, guten Gewissens dabei. Jo, ich auch, gehe ich mit. Und alles für die Amazon-Gewerkschaft. Gut, ansonsten, slappity-slap, Leute, war schön mit euch. Ich hoffe, es war okay für euch, dass es jetzt hier Montagabend slash Dienstagmorgen ist. Da müssen die jetzt durchrollen. Wir dürfen uns nicht so sehr von unseren Zuhörern beeinflussen lassen und uns lenken lassen. Das ist ja Bonus, ja. Wir hätten uns einfach sagen können, wir lassen komplett ausfallen. Aber nein, wir sind so geile Leute. Es ist ein Angebot, weil es gibt Millionen Podcasts. Wir machen auch nur ein Angebot. Und wenn die keinen Bock haben, hören sie halt hier gemischtes Flauschig. Das ist gut, dass du sagst, nachdem sie uns jetzt hier eine Stunde schon zugehört haben. Hört doch weg, wenn es euch nicht gefällt. Hört doch einfach weg. Gut. Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns ja am nächsten Tag wahrscheinlich. Yes. Kurs. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Das war ein bisschen laut, mein Ohren bluten. Oh. Das war ein bisschen laut, mein Ohren bluten. Das war ein bisschen laut, mein Ohren bluten. Untertitelung des ZDF, 2020